Na, dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg zum Creeper Tower! Oh, Mann, ey, wie weit ist denn das noch? Warte mal. Okay, ich bin aber laut der Koordinaten bin ich auf dem richtigen Weg. Oh, ich muss unbedingt mal was snacken. Gute alte Karotte. Mann, wo ist denn Manuel? Die sind so viele ekelhafte Viecher. Brauch... Da ist eine Kiste. Ist das eine Falle? Die Kiste leuchtet. Sind hier irgendwelche Mobs? Nein. Was ist das denn für ein Vieh? Was geht hier ab? Als... Wow! Als ob! Das war so klar, dass das eine Falle ist. Habt ihr die Items gesehen? Da war richtig krasser Schlüssel drin. Hallo, guten Tag, Mr. Slime. Creeper Kopf. Och Gott, und ihr explodiert einfach. Wow! Da hinten sind Fackeln. Diese Dimensionen. Was geht denn hier ab? Mal, dass ihr wegkommt. Nee, ich will nicht mit euch kämpfen. Ihr explodiert hier einfach wieder. Da ist Florian! Nomade! Und ein riesiges Gast. Jetzt ist es weg. Guten Tag, Mr. Nomade. Ey, nicht, dass die hier gleich kommen. Hallo, Fremder. Ich würde dir raten, hier nicht weiter zu gehen. Warum? Nicht mehr weit und du bist beim Tower. Dort wartet nichts als der Tod auf dich. Hier gab es schon wieder eine Explosion. Sorry, Leute. Naja, unschöne Items. Aber von diesem Ort kommt keiner lebendig zurück. Naja, außer wir vielleicht. Ihr wart beim Tower? Richtig, wir haben seltene Items erbeutet. Leider sind dabei sieben unserer Männer gestorben. Aber das war es wert. Hä? Junge, es sterben bei euch sieben Leute. Und ihr? Äh, das kann nicht wahr sein. Und sorry, Leute. Ich habe, glaube ich, schon wieder ein bisschen das Mikrofon übersteuert. Weil mein Mund zu nah am Mikro war. Äh, habt ihr zufällig jemanden mit einem Zylinder gesehen? Und einem verschmitzten Lächeln? Nein, nicht wirklich. Aber wir sind auch nur bis zur zweiten Ebene gekommen. Aber damit sind wir Rekordhalter in ganz Takumi. Hast du vielleicht Interesse an ein paar Gegenständen? Kostet dich aber ordentlich happy happy. Ja. Hallo, Freddy. Guten Tag. Alter, was ist denn mit deinen komischen Augen los? Junge, schielst du? Warte mal. Oh Gott! Manuel! Oh Gott, hilf! Manu! Warte, echt hier! Was machst du denn hier? Ja! Bindese! Oh Gott, Manuel, vorsichtig! Helf dir! Oh mein Gott! Alter, die explodent aber... Was ist denn hier los? Ja, Manuel, das ist eine Creeper-Dimension. Hier explodet einfach alles. Mann! Mann, die sollen sich... Oh Gott! Oh! Oh! Hier hast du verloren! Ich bin richtig... Du musst aufpassen, hier an der Kante! Ja, wenn ich da runterfahre, bin ich wahrscheinlich gut. Ja, Manuel, komm mal lieber zu mir. Du kleine Fratz! Na? Wo kommst du? Oh, Alter! Guck mal, du siehst ja... Ja, ich war bei Edgar und ich war in einem Dorf. Nice, Alter! Ich kann tolle Sachen kriegen. Guck dir das an, Alter! Hä? Hä? Alter! Krass, damit kann man die Sachen mega schnell abbauen. Nee, aber nur das... Kann ich die mit nach Hause nehmen, bitte? Nur die Dinger. Ach so! Da brauchst du... Bist du normal schnell. So, warte mal, ich wollte ganz kurz... Genau, verteidige mich und ich rede mit Freddy. Okay. Ich will ja, dass er dich wegsprengt. Krass! Hier sind Explosion-Arrows, Burst-Arrow, ein Creeper-Shield und ein Creeper-Bow-Gun. Warte mal, wie viel... Boah, ich hab gar nicht mehr... Manuel, hast du zufälligerweise noch ein paar Karotten dabei? Alter, ich bin voll. Ja, nice one! Ich bin komplett voll. Okay, du, ja, warte, dann... Dann gönne ich mir ein bisschen was. Warte, hier... Zack. Reicht das? Ja, das reicht mega. Warte mal, dann... Dann gönne ich mir richtig Errors. Ah, Alter! Creeper-Bow-Gun? Du hast nicht... Ja, toll! Hier, guck mal, hier will er das Creeper-Shield. Creeper-Bow-Gun, was ist das denn? Das kann man nur gegen Karotten tauschen. Ey, das Creeper-Shield wäre wahrscheinlich mega nice gewesen. Mann, ey. Aber egal, wir haben eine Creeper-Bow-Gun mit Flamme 1. Das auf jeden Fall gekauft. Ey, was... Also, den Bogen kann... Wow! Manuel! Oh, okay. Das hab ich so ein bisschen unterschätzt. Hallo, du kleines Pferd. Ey, dann lass uns... Wir müssen weiter in die Richtung. Wir müssen hier... Warte mal. Ich check die Koordination. Ja, hier geht's weiter. Okay. Hier ist auch ein schickes... Schickes neues Biom. Autsch. Warte mal, ich teste mal die Creeper-Bow-Gun. Da... Oh Gott, da ist wieder so eine komische Kiste. Ich weiß nicht, ob die wieder explodet. Okay, warte mal. Ich... Ich probiere auch... Bitte töte mich nicht. Vielleicht ganz schnell... Ganz schnell looten. Oh, ich hab was draus bekommen. Man muss nur unheimlich schnell sein. Oh Mann, ich... Ich hab nur einen Diamantbrust-Panzer. Ach so. Ach nur. Ja, wenn man das ganz schnell lootet... Boah. Die ist ja geil. Ja. Die Creeper-Gun schießt richtig schnell. Ja. Ja. Die Falle sind wahrscheinlich richtig schnell weg. Ja, aber wir haben ja auch gerade mega viele. Ich wollte jetzt auch nicht komplett alles raushauen. Nicht, dass wir hier noch in irgendeiner Weise verhungern. Könnte mal jemand bitte den Regen ausstellen? Ja. Hör, war das Gott? Vorsicht! Wow. Alter. Ich komme mit den Pfeilen nicht bis nach da oben. Nee, ich auch. Dann lass... Oh Gott. Manu. Wie meint ihr alles? Oh. Da ist noch einer. Ja, dann komm schnell hier. Hilfe. Hilfe. Lass uns schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Das macht unfassbar viel Schaden. Ja, wir müssen hier einfach nur weiter geradeaus. Hier muss irgendwo der Creeper Tower sein. Wow. Wo bist du? Was haben wir denn für ein Aiming, Alter? Alter, elegant zurückgeschlagen. Ja, habe ich gelernt in der Schule. Ich glaube, ich habe den Tower gesehen. Okay, go, 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 Menjel. Wir müssen den Turm erobern. Bist du... Bist du da? Ja, ja, ja. Warte mal, da vorne ist wieder eine Chest. Die können wir perfekt looten. Also. Zusammen? Ja, genau. Wir müssen das folgendermaßen machen. Nicht öffnen. Ja. Ähm, warte mal. Zack. Auf drei öffnen wir sie beide. Und dann musst du so schnell looten, wie es nur geht. Konzentrierst du dich auf links und ich auf rechts. Okay? Ja, einfach looten. Drei. Okay. Zwei. Eins. Looten. Oh! Ich habe 26 Goldäpfel. Gold was? Ja, ja, Goldäpfel. 26 Stück. Und ich habe ein Diaschwert, ein Diamanthelm, ein Diamantbrustpanzer. Das war's. Also alles sind los. Okay. Egal, aber 13 Evils sind mega gut. Irgendwo. Wow! Manu! Lauf, 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 lauf! Was war das? Das war ein Gast! Vorsicht! Das tänzelt da wieder rum. Jawoll! Weggeholt. Was war das denn für ein Engel? Boah, das hat aber Explosion. Das sieht cool aus. Ja, warte mal. Wie kommen wir jetzt hier? Okay, wir müssen... Springen. Ja! Warte mal, ich frage mich, ob ich... Doch, den Sprung müsste ich doch schaffen. 3, 2, 1, go! Boah, war das knapp, Alter! Das wäre jetzt wieder gepf... Ah! Ah, meine Beine! Meine Beine! Ach, Mann! Das hat immer so ein Weh gesagt. Ja, damals, weiß ich nicht. Kannst du dich noch an... Oh! Erinnern? War da ein Tag? Nee, nee. Ah, warte. Wer ist das? Hab ich hier irgendwie nie von gehört. Ich muss mal, glaube ich, den Regen ein bisschen leiser machen. Der nervt mich nämlich. Zack, Steuerung. Genau, das ist... Wer hat Regen überhaupt erfunden? Kann man das anders sagen? Ähm... Gott? Ja? 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 Wie sowas in der Richtung. So, jetzt müssen wir hier wieder Bergsteiger spielen. Wo bist du? Ich bin hier an der Side of Life. Hier vorne. Ich muss mir aber hier ein paar Blöcke holen. Ah, du bist ja in der Ruhe gekommen. Der Creeper ist gerade richtig komisch gesprungen. Das sah richtig strange aus. Mann! Jetzt lass mich doch hier hoch. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen Zombie retten. Stattdessen muss ich hier jetzt komische Eisenblöcke. Mann, ey, eine Schaufel wäre jetzt geil. Eine tolle Creeper-Schaufel. Das hätte uns der eine Dude mal verkaufen können. Oh, nö. Übrigens, ich kann jetzt ja mal, während wir hier gerade sowieso so ein bisschen rumkraxeln, vielen, vielen Dank für den ganzen Support unter dem heutigen Pokémon-Go-Video. Pedizzle war mal wieder ein bisschen joggen und hat ein 10-Kilometer-Ei ausgebrütet. Ich werde die Folge auf jeden Fall am Ende verlinken. Da ist der Tor. Wow! Oh, Mann, jedes Mal so. Ich erschrecke mich jedes Mal. Woher kommen denn immer die ganzen freaking Explosions? Das war ich. Ich habe dich angehängt. Du bist in meinen Schuss reingelaufen. Ich wollte das da links anschießen und du bist genau reingelatscht. Jetzt bin ich... Ja. Okay, warte mal. Einfach geradeaus. Und dann müssen wir uns hier wahrscheinlich reinbauen. Oder gibt es hier einen offiziellen Eingang? Reinspringen. Stimmt, reinspringen. Explosion. Manual, go. Aber ob das klappt? Ob das überhaupt kaputt geht? Weil das ist Stein. Warte mal. Ja, funktioniert nicht. Oh, schade. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir das mit der Hand abbauen können. Ja, mit der Hand nicht, aber mit der Spitzhacke vielleicht. Hast du eine? Hä? Ach, mit dem Ding. Ja, ja, nee. Das ist ja gar nichts. Aber wir kommen da auch ansonsten nicht rein. Doch, da muss es einen Eingang geben. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber wie wollen denn die Leute da reinkommen? Ja, in der frikin Spitzhacke. Die bauen jedes Mal ihren Turm ab. Ja, das ist ja eine intergalaktische Raumstation. Nee, aber wir müssen hier... Nee, okay. Bau das mal mit der Hand ab. Wir müssen hier rein. Ich gucke nach einem Eingang. Derweil. Nein, du bist angegriffen. Von einem Schneemann. Von Schneebeln. Aber da unten wäre Holz. Warte mal. Ach Gott, dann muss ich hier wieder hochjumpen. Egal. Ich probiere es. Dann hole ich von hier unten das Holz. Boah, hier gibt es auch überall immer Explosions. Da ist eine Creeper-Hexe. Boah, ich muss jetzt hier tatsächlich diese... Wie hast du es geschafft, den abzubauen? Boah! Selbst die Saplings exploden hier. Zack, da mache ich nunfalls eine Spitzhacke. Boah! Die letzte Explosion war ich, aber die vorherige nicht. Warum explodiert denn hier alles? Wie? Du hast den Baum weggesprägt? Nein, 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 nein. Der ist dann alleine passiert. Aber bevor das passiert ist, habe ich schon einen Pfeil auf dich geschossen. Der ist dann eben eine Sekunde danach explodiert. Okay. Also Bäume explodieren ich aber auch einfach so. Ja, man kann rein. Wow! Was denn? Oh Gott. Oh Gott. Wie will ich denn rein? Da ist gerade ein Creeper rausgeflogen. Warum ist denn ein Creeper gerade mit 100 km rausgeklatscht? Wahrscheinlich, weil er Speedy Gonzales war. Hast du noch ein paar Blöcke? Ja, habe ich tatsächlich. Man kommt hier in diese Kanten. Warte, ich werfe dir was runter. Ja, genau. Werfe es runter. Ich komme hier nämlich nicht hoch. Ja, dann tschüss. Werfe mir einfach ein bisschen Ding ins runter. Ja, ich kann die Erde besorgen. Ja, genau. Besorgen wir mal ein bisschen Erde. Mann, sorry Leute. Aber es ist halt nervig. Wir müssen ja irgendwie den Weg hier rein finden. Ah, da fliegen sie runter. So, komm schon. Hier explodiert einfach alles. Ja, ist es. Von was geht denn deinem scheiß Tower ab? Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein Spaß. Ja, vor allem. Stell dir mal vor, der Tower wäre nicht explosiv geschützt. Dann wäre der innerhalb von einem Tag kaputt. Oder hinterher von einem Rute. Wahrscheinlich. Nicht mal ein Tag. Ja. Ja, explodiert die ganze Zeit alles. Junge, ich bin so ein Gipfelstürmer. Zack, zack. Hier wieder hoch. Ach, jetzt bin ich hier abgerutscht. Ich hätte es nicht sagen sollen mit Gipfelstürmer. Aber hier kommt man easy going hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da bin ich. Wo ist der Eingang? Hier bei mir. Achso. Perfekt. Er ist der... Oh, ich muss kurz was essen. Oh Gott. Genau, baller die ordentlich weg. Versuch mal. So. Alter, was? Junge, wie viel hält der denn aus? Hä? Jetzt ist er down. Krass. Oh, was ist das denn? Okay, wir müssen... Was denn? Da geht's voll... Äh. Also wenn ihr da runterfällt, bist du, glaube ich, auch tot. Ich... Ach, das kann man abbauen. Ah, so. Warte mal, kann ich das auch kaputt? Ne, das hier kann ich nicht kaputt machen. Cool. Okay, einfach weiter nach oben. Einfach weiter nach oben. Was habe ich denn da eingesammelt? Hardes Creeper-Block. Aber dafür braucht man scheinbar diesen Hammer. Achso. Oh! Vorsicht! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020